Ich hab das Video refresht, weil ich bin so ein Hurensohn. Ich hasse mein Leben. Ich seh ein gutes Video und ich refreshe. Opfer? Aaaaaaah. Naja, Kind wird von Moon attackiert. Und der... Ich hasse das Kind. Das Kind hat einfach dann in das Huhn geschlagen mit ihrer Tasche. Ja, du bist jetzt auch richtig krass geworden. Ich bin... ...wag halt. Jaja, ich nehm auch gerade auf, so. Ich werd das wahrscheinlich hier reinnehmen, mit ein bisschen Musik runter. Wahrscheinlich auch nicht. Ich hab's gedacht, den Klartext zu haben. Oh, ich muss mich einladen. Wie geht das nochmal? My past is filled with things I won't forget. Ich benutze them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. ... 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